Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder ein Statistikvideo an, wie es auch monatlich bei uns immer der Fall ist. Gerne können wir auch dann nochmal in der Woche eine Bundesliga-Pokamose hochladen. Lasst uns dazu gerne mal einen Daumen nach oben da, dass wir da ein bisschen gepusht werden, dass wir auch sehen, dass ihr da Bock drauf habt. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Statistik rein. Wir gehen wie immer zuerst mal auf die Kernzahlen des Monats ein. Ja, also wir haben jetzt insgesamt nur 30 Wetten gespielt, lag auch an der Länderspielpause. Und deswegen gab es halt nur drei Spieltage. Also Durchschnittsquote betrug 2,03. Durchschnittlicher Einsatz 1,91. Gewinn von 18,22 Einheiten erzielt. Also nochmal ein sehr, 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 sehr gutes Ergebnis. Die Winstreak setzt sich fort. Und ja, also echt mega gut. Wir stehen jetzt insgesamt bei 53 Einheiten jetzt schon nach zweieinhalb Monaten. Also das ist echt ein mega Ergebnis. Und da sind wir auch mega stolz drauf. 50 Einheiten war eigentlich das Saisonziel gewesen. Ja, wir versuchen das auf jeden Fall auch nochmal natürlich auszubauen und gucken einfach, was dann diese Saison noch geht. 17 Wins, 7 Loses, 1 Half-Win, 1 Half-Lose und ein Cashback und ein Gild von 34,06%. Also mega, mega gute Statistik. Die Wette, wo jetzt noch nicht ausgewertet worden ist, ist eine Saisonne-Wette Dortmund-Leipzig-Sieg-Leipzig. Ja, als wir die platziert haben, sah es nicht so gut aus. Jetzt sieht es nochmal ein bisschen besser aus, weil Dortmund gegen Köln verloren hat und Leipzig gewonnen hat. Genau. Wir gehen hier vielleicht mal auf ein paar höhere Quoten ein, wo getroffen worden sind. Haben wir zum Beispiel eine 2,1-2er-Quote, hat Frankfurt gegen Stuttgart. Hatte definitiv gut Value gehabt. Dann eine 3-1er-Quote, Bayreuth schießt kein Tor oder unter 0,5 Team-Tore. Der Pick kam von Marco, von Drittliga-Experten. Der ist ja auch, ja, also an die Leute, die Marco noch nicht kennen, er macht ja mit mir den Kanal und kümmert sich dort auch ausschließlich, beziehungsweise kümmert sich dort allein um die dritte Liga und zusammen mit mir dann um die Bundesliga. Vielleicht, falls neue Leute dazugekommen sind. Und mir ist eine schöne 3,1er-Quote hier getroffen. Ja, das ist soweit insgesamt die Statistik für den September 2022. Also ja, wir sind mega zufrieden. Hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Sind auch im Oktober nochmal positiv gestartet mit knapp drei Einheiten am ersten Spieltag. Und genau, falls ihr Interesse an der Premium habt, könnt ihr gerne mal unsere Webseite abchecken. Die werde ich jetzt auch mal noch die Tage überarbeiten. Weil es eigentlich relativ viel Text war, damit wir dort das nochmal ganz ein bisschen kompakter hat. Wir springen aber auch nochmal ganz kurz auf die Statistik für die Saison, was es für Auswirkungen auf die Saison hat. Ich habe es ja schon mal angeteasert, dass wir jetzt ungefähr bei 53 Einheiten liegen. Und deswegen mache ich hier ganz kurz mal auf Pause, beziehungsweise schneide einmal ein kurzes Video und gehe jetzt in die Saisonstatistik. Also bis gleich. Und jetzt sehen wir uns wieder. Die Saison stehen wir bei einer Durchschnittsquote von 1,92. Durchschnittlicher Einsatz 2,07. Und einem Gewinn von 52,69 Einheiten. Mega, mega gut. 58 Wins. Gegenüber 25 Loses. Ein Half-Win. Drei Half-Loses. Und vier Cashbacks. Und einem Gilt von 26,58%. Als Orientierung sagt man immer, 5% Gilt. Wenn man den langfristig halten kann, gehört man zu den Besten im Sportwettenbereich. Beziehungsweise macht das Ganze professionell und kann auch langfristig profitabel sein. Ja, letztes Jahr hatten wir einen Gilt, glaube ich, von 3,8% oder so, waren da relativ nah dran. Und ja, jetzt verbessern wir das Ganze enorm. Den werden wir und können wir so über die Saison nicht halten können. Aber wir werden natürlich weiterhin versuchen, profitabel zu sein. Deswegen checkt gerne unsere Premium-Gruppe ab, um keine Wette mehr zu verpassen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne mich oder Marco bei Telegram anschreiben. Und yes, wir haben auch noch eine Chatgruppe auf Telegram, falls ihr vielleicht auch dort euch in der Community ein bisschen untereinander austauschen wollt. Alle Links natürlich auch in der Videobeschreibung. Ansonsten euch noch einen schönen Feiertag. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns wahrscheinlich dann in der Bundesliga-Pokmose nochmal am Donnerstag wahrscheinlich. Bis dahin, haut rein und ciao.